Das war wirklich ein sehr schöner Abend mit euch und es war auch total schön, Matteo mal ein bisschen besser kennenzulernen. Du hast eine liebevolle Tochter. Matteo und sie sind so süß zusammen. Wirklich. Unsere Kinder verbringen ja sehr viel Zeit zusammen und Bianca schläft ja ganz oft bei... Nur Losa. Das weiß Lorenzo nicht. Hallo. Er denkt, sie geht jeden Abend nach Hause und sie sowieso nur zusammen lernen. Aber ich weiß natürlich, dass sie... ...fare l'amore. Natürlich. Aber Matteo ist sehr gut aufgeklärt. Ich bezahle ihm die Kondome. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Ich finde das sehr besonderer, oder? Prima. Aber bitte, sag das nicht Lorenzo. Hier ist sowas ganz normal. Aber seine Familien in Sizilien, die sind sehr konservatil. Und katholisch. Verstehe. Ich rede mit Bianca. Ich kümmere mich darum, dass sie öfter zu Hause schleppt. Und wann Matteo kommt, bringt er die Kondome. Auf Wiedersehen. Lassen. Vielen Dank.